guten abend und herzlich willkommen zu portal knights mit lerro und hallo und wie ihr seht hat sich hier ein mysteriöses portal geöffnet schassen ritter haben ein portal errichtet erforsche die insel auf der anderen seite das ist wohl so ein kleines portal was hier im patch die mauer muss weg die mauer muss weg und was machst du oh gott oh gott die die spein ich will es nicht sagen die kann sterben weil ich lebe noch mir gehts gut ich lebe auch noch aber fast das will ich haben das sieht cool aus und die blaue lampe und da kommt eine mumie ich will das blaue licht haben wieso was kann es man konnte doch ausweichern bin ich sache mit alt ne ich bin hier im grab reingefallen was dass ich hab ne bank jetzt können wir geld abholen kann man das hier ich finde die grabsteine echt cool ja ich baue sie gerade ab ja ich baue sie gerade ab ja ich baue sie gerade ab wo kann man das hier auch nicht abbauen ah äh mit ja space halt ne also ist rollen ach so weil du eben doch meintest wegen ausweichen aha ok die Lampe sind cool oder ja man muss mal gedacht geben oder zumindest eigentlich haben wir es überhaupt nicht gedacht doch voll und ganz das war alles das war alles durchgeplant seit der ersten folge stufenaufstieg war eigentlich nicht geplant dass wir jetzt heute reingehen aber jetzt müssen wir mit so sieht es aus ok was brauchen wir hier grüne portalsteine ja hat jemand noch diese schleifsteine weil du bist jetzt einfach ich hab nichts mehr gar nichts mehr ich hab neun schleifsteine aber ich geh mal kurz hier unten ins grab ok ins kapsleer gib mir doch mal bitte einen schleifstein weil ich kann nicht mehr machen das geht doch gar nicht musst du auch selbst erstellen ich weiß nicht ach so gar nicht oder wir stellen eine kiste her können wir eine kiste erstellen aber könnte man denn nicht auch auf dem weg craften ich hab doch hier schleifsteine craften da haben wir grüne portalsteine ich hab sobald ich das grad sehen kann äh ich sag ja wir haben an zwei hälften nichts ich stell mir eine werkbank hin hier wir haben noch keine weil ähm wie bet Freddy gibt es und und dann über ein du presentieren damit es ist eine enge nekophilPer Geh mal von der Seite rein. Ich hab grüne Portalstellen. Wie viele hast du? Sechs Stück. Oh, welch Zufall. Welcher unzereilt. Ich hab auch bloß Fragmente. Ja, der muss zusammenführen. Ja, wo hast du eine Werkpacking gestellt? Man kann das nicht auch... Das ist für ein Code. Kann man irgendwie nicht abbauen, ne? Da baue ich halt alles drumherum rum. Und guck, ob es runterfällt. Ach so. Der fuck. Das geht einfach nicht. Ne, der will nicht. Ne, wahrscheinlich der Überpost schlecht weg drin. Ne. Oder wir müssen das Portal öffnen. Dann kommt ja dann was raus. Warum kann ich den Ding nicht herstellen? Was? Ne, ich den? Herstellen. Ich kann den grünen Portalstellen nicht herstellen. Ich hab ne Werkbank gebaut. Wie viel brauchst du denn für einen? Vier Stück. Und ich hatte... Wo ist denn da hin? Also irgendwie, meine lieben Leute, geht's hier nicht weiter? Ja gut, dann müssen wir halt erstmal in die andere Welt. Ne? Also ab Level 2. Um grüne Schleifsteine, äh, um grüne Gedönse zu kriegen. Ich hatte ja hier einen hergestellt. Ich hab mich ja rausgefiebt. Der ist weg. Ach, warte mal, da ist noch eine Werkbank bestimmt. Hä? Guck mal bitte rein. Das ist bestimmt in der Werkbank. Da schleifst du, äh, der Stein, oder? Ja, klar. Ne. Da ist er drin. Ja? Bei mir nicht. Da will ich auch gar nicht drin. Also ein grünen Portalstein hab ich. Alter! Ja, wie hat's schon gesagt, da müssen wir erstmal in die andere Welt. Wollen wir da grad mal hingehen, Leute? Aber wenn wir schon dabei sind, ne? Also, nach dem Boss. Hier, warte mal, hier. Waren wir schon? Äh. Ich glaub eher, dass du die Viecher hier töten musst. Diese, diese Mumien und so'n Scheiß. Ja, aber die sehen nur auf dem Friedhof. Weil da oben ist das Level 1er Gedöns. Beziehungsweise noch aus, äh, der Welt 1. Die geben nur die blauen und die gelben. Die grünen geben erst ab, äh, Moment. Ich will hier rein. Ja, gleich. Oh, Alter. Ich will da rein, da. Hier, wir klemmen uns jetzt erstmal an die Palmenpatina und dann geht's weiter. Guck mal, ich bin drin. Und ich hab kein, ich hab. Onkel, da hab ich mich noch reingeportet, ne? Achso, dann, hä? Oh Gott, was bist du denn? Hau es! Danke. Ah, es ist ja nix. Da waren es. Alter, ihr schießt doch aus Wände. Ja, ich weiß. Ja, das, was denn sonst? Habt ihr jetzt den Grab stellen? Ja. Geil. Die wollte ich die ganze Zeit haben. Warum? Weil wir uns dann daheim ein schönes Grab machen können. Mann, das hab ich mir schon immer gewünscht. Ein schönes Grab, Ongel. Ja, was? Friedrich gehört genauso dazu. Oh, ich hab hier ne Schüssel gefunden. Eine Schüssel. Hier, äh. Wasen. Ich kann die Sachen hier nicht einsammeln. Alle. Wie gesagt, ich wäre eher dafür. Wir gehen erstmal in die andere Welt. Damit du auch die grünen Fraktal? Nee. Fragmentsteine herkriegen. Weg da. Boah, da klappt. Da klappt man sich ja so Tode hier. Hör auf, komm. Lass gut sein. Das sind die scheiß, äh, Runensteine. Vergleichbar mit den Runensteinen. Denk ich mal. Runensteinblock, ja. Das sind cool. Ein geiler Optik. Oh, da klau mal den Zaun, man. Was war ich mal? Da klau mal den Zaun. Rucksack voll. Was? Er weckt den Polen in dir. Den hab ich schon. Haben wir da Hemdip noch Fragmente? Sollen wir das lieber... Wir haben ja jetzt überhaupt nicht nachgeschaut. Lass uns erstmal nochmal ganz kurz nach Hause die Taschen entleeren. Uns nochmal ordentlich ausrüsten. Und dann können wir nochmal los. Weil, ja, du hast ja jetzt eigentlich bloß getestet, schnell auf das Porto da heizukehren. Richtig. Sitz und sticação mit nichts. Was ichу hat, nemal getötet. Der Magma Mar nhà Maha Ratscher. Wob zufriedischen Hügel, 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 Hügel. Hügel, Hügel, Hügel. Hügel, Hügel, Hügel. Bauter Murder, Hügel. Bauter Ward, Bauter Ward, Bauter Ward, Bauter Ward, Bauter Ward, Dauter Ward. Auch genau. Bauter Ward, Bauter Ward, Bauter Ward, Bauter Ward. Bauter Ward, Bauter Ward. Bauter Ward, Bauter Ward. So, aber wir dürfen mal schauen. es war sehr grüne ja fragt Minder das heißt hat noch jemand fragt Minder einstecken bei stück ich bin um mich dann habe ich hier meine Kiste ein der hat gerne laut das ist nicht die Kiste ist das die Fragmentkiste ach ich habe die Fragmentkiste gefunden ich hänge hier gerade im Erdhügel drin ich mache gerade meine Wiese wieder kaputt ja wo wieso hast du dich selbst eingecotet und wieso wächst da schon Gras drauf ich bin eins mit der Natur alter du bist die Natur du spiss die Natur ja das auch Nero guck mal ich spiele Moorhuhn ja du hast mich gerufen tja tja und so tja 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 hilft du eins Hashtag Ruso für alle wo tusten die roten äh die rohen Saphire und so hin die waren hinten im Lager irgendwo ja super ich sage ja da muss irgendwie beschriftet werden oder so gibt es schon Schilder ich weiß gar nicht ich weiß das auch nicht äh Kinder aber zum Vorteil für euch der Zauberer wurde so eingestellt dass er nicht mehr so viel Schaden an der Umgebung macht ey cool doof ist glaube ich gar nicht mehr rausbomb falsch falsches Loch ähm ähm wir müssten das Lagersystem mal hier planen gut also eine Reihe ist Stein und Steinverzierung die andere Reihe ist Holz und Holzverzierung und Alchemie also Holz, Stein, Alchemie die restlichen drei weiß ich auch nicht warte du bist der Lagerist du bist der Lagerist die Klammerlagerist alter ne im ersten ist die Alchemie also Stromquarz äh Steine Kupfer und so weiter also Mineralien sozusagen in der zweiten Reihe sind äh ja Tränke Tränke und Wasser also das was du für den Tränken du jetzt brauchst äh dritte Reihe sind ja dritte Reihe sind Steine vierte Reihe ist glaube ich Holz fünfte Reihe ist äh ja Nahrungsergänzungsmittel also Knochen, Schuppen, Gartenpilz äh Baumwolle also besser gesagt Verbrauchsgegenstände und Zutaten und die letzte Reihe ist ähm wie ihr auch sehen könnt gerade äh Luft Luft und Luft ist ganz wichtig ja das hebt bei uns auch falls man stiegigt wird ein bisschen äh ich hab hier noch Fragmente eine Fragmente kommt ganz hin ne die werden gerade verarbeitet normalerweise ich hab keine Ahnung was du denn wo bist du denn wo kommt die Gold hin äh zu Mineralien im ersten irgendwo muss gucken wo ach so also hier Dinger bei Eisen ja Eisen Gold hat man glaube ich überhaupt doch gar nicht oder oh halt diese ganze Blätter gedönt du siehst du überhaupt nicht wo du bauen musst Blätter gedönt Blätter gedönt ah schau war auch gedönt blätter gedönt blätter 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 ich hab keine Erde mehr blätter ach alter warte 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 du hast bei so einem Spiel keine Erde mehr ja ich war erdlos ja es tut mir leid die Fälle ist so erdlos geworden ohne dich ja finde ich auch ich werde hier gedisst hä von der Erde ja weil ich erdlos bin ähm doch ist es ok so der Rahmen in die Größe her ja ist was Ordnung wollen wir das denn so ähm erdmäßig lassen oder wollen wir denn den Rahmen ich sag mal so erdmäßig wir wollen das Dinger verstecken also verhältnismäßig verstecken was würde es dann bringen wenn das ganze Gebiet keinen einzigen Berg hat und in der Mitte ist ein quadratischer Berg mit Augen spielt ja keine Rolle wir haben ja kein PvP hier es sieht trotzdem scheiße aus ja dann du äh dann mach doch du mal du ja ich hätt gern Glas was Glas ja Glas wär geil kann man hier Glas mittlerweile herstellen wir haben aber kein Glas warum nicht was soll man das Glas denn nehmen bitte hat der Glas wird auch ein äh das hättest du wohl gern klar kein Glas halt das ist so glaslos ohne Witz nur weil du keine Erde hast ich hab keine mehr die Witze fliegen niedrig es gibt morgen schönes Wetter oh mein Gott ey ey Nero 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 komm mal her ja was komm mal her stell dich mal neben mich stell dich mal neben mich komm mal stell dich mal neben mich komm mal nicht drauf bist du fett guck mal hast du Onkel der macht das sieht voll toll aus oh ja guck mal ganz ruhig ich hab grüne Fragmente gesucht bei so einem Lager guck mal pass mal pass mal direkt auf den Kopf ups warte warte guck mal direkt auf den Kopf wie ein Vogel das hat wirklich dieses Kappereich gemacht Onkel wird zum Hobbygärtner gleich pflanzt er Zucchinis an und Frühlingstomaten damit geht's immer los damit fängt mein kleiner auch an und er endete er endete bei Bumpelmus alter was oh Hilfe und jetzt guck doch mal Buse und jetzt ist er Kleingärtner er hatte noch Träume ich hab so viel für meinen Sohn gewünscht aber doch nicht sowas warum Gott warum wurde er ein Kleingärtner er macht Mörder glaub mir es erst macht Mörder oh alter so stumpf er wollte doch was mit Tieren machen er wollte unbedingt Metzger werden und jetzt wieder weg ihr Tieren oh so gut oh alter er wollte was mit Tieren machen deswegen vegetiert er wollte was mit Tieren machen deswegen vegetiert das war das Lachen das am Fest Noxy kleiner Tipp komm jetzt nicht zu mir wieso bist du ansteckend nein warum nicht vertrag mir einfach komm nicht zu mir blähung was ähm hilfe ja unter unserem lager ist eine fette höhle die war schon vorher da aber ich bin reingefallen ja ah ich hab angst schreit da wie eine pussy mal alter ich bin ein Waldläufe ich muss eine pussy sein eh 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 ich bin ein Wald scheißer この thanks sowieso deswegen darf so eine Uschi sein ich habe eine eine famose idee aber deine idee sind immer sehr eine famose wir haben hier genug wiese doch ein schönes lager daraus bauen können das richtig fette geile höhle das sieht cool aus was bist du kein lager eine höhle in welchem gulag wohnst du ja gut ob wir jetzt ein erzügel was machst du da was machst du in meinem gebiet was machst du ich bin nicht in deinem gebiet ich bin über deinem gebiet hör ab das ist ja auf mach mein zeug nicht wieder kaputt was soll da mach ich doch gar nicht untergrund von nein 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 hör mal kurz auf ich will immer kurz was basteln hey hey ruhig ruhig ich habe doch nichts ich habe doch meine waffe doch du hast mich geärgert meine waffe ist doch im inventar kommt zu mir ich spiel ja ne komm zu mir was machst du denn hier Adolf mach mein was heißt du denn mein ding ist kaputt ich mach dein ding nicht kaputt das machst du ganz alleine das siehst du gleich nein ich will das nicht sehen toll auch irgendwie das ist nicht verlässlich jetzt hier haben wir den scheiß reingebaut hier das ist kein park hier das ist wie ein scheiß feld ist das das ist ein scheiß feld ja alter jetzt ist das schon noch mehr hau jetzt ab ja wo ja magst du hier hochkommen ich habe romantische Spezifos du hast doch ein bisschen angst gehabt deswegen bist du da oben hoch wie komme ich jetzt wieder hier runter ohne zu fallen scheiß hallo wie kommt man sich da nochmal hinsetzen ging das überhaupt ich weiß es nicht hallo hallo jetzt baut er mal erst mal meine bank in ruhe ey ist das hallo ha meine bank nein er ist hinterher gesprungen nein weißt du was auch noch gesprungen ist das ende macht es gut Leute war schön dass ihr eingeschaltet habt die Kanäle sind unten in der Beschreibung hoffen wir doch mal würde ich sagen warum baust du nicht einfach deine Garage weiter warum musst du mir mein Zeug ich geb dich gleich mal Garage ok auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten macht's gut Leute bis die Tage